Schauke! Da wird sie Chrissy aber freuen. Ja. Chrissy! Matthias, du sollst wissen, dass wir uns alle große Sorgen um dich machen. Zurück! Er ging zurück in die Eingangshalle. In die Eingangshalle. Zurück! Der Körn-Mathé! Der Körn-Mathé! Der junge Mann geht tiefer in den Wald hinein. Er stampft, versinkt im Matsch, keucht, geht weiter. Irgendetwas treibt ihn. Einer der stärksten Triebe der Menschheit. Die Neugier. Dann bleibt er stehen. Er sieht den langen Hintern von einem kleinen, toten Mädchen. Schreit. Schreit nach innen. Die Neugier. Die Neugier. Untertitelung des ZDF, 2020